so da la hallöchen dass wir wieder herzlich willkommen na jungs wir werden am eingang warten falls jemand ausmöchst gibt es wir müssen nämlich hier rein wir haben das mit riel dabei das muss nämlich hier raffiniert noch werden du bist du dass du dich um die sicher kammer dass mit riel ist in der zwischenzeit bei mir in den besten händen was ist es ist das glädje die sicher machen sich am generator zu schaffen die luden hier erstmal gepflegt glädje ist da verstärkung die viecher hier haben es ganz schön in sich gibt es ja gar nicht als jäger brauche ich dir das wohl nicht zu sagen aber sie dich vor bleibt dicht hinter mir komm glädje ich gehe nochmal in die andere richtung ich habe jetzt echt nicht gedacht dass ich den jetzt hier treffe ich dachte ich muss da rein doch da kann ich gar nicht rein siehst du es ist so weit habe ich gar nicht habe das geht ja gar nicht gesehen glädje ist wieder da mein freund ich freue mich so dass du wieder dabei bist so packen wir's oder oh krass wow das ist besser das ist sicher okay gentlemen ist auch ganz passabel Na, wen haben wir denn da? An alle Jäger. Operation Abrechnung Roster. Warum? Der Generator ist hin. Gleich kriegt es bei euch. Da kriegt nichts. Keine Sorge, ich regle das schon. Und was ist mit dir? Ich komme mit. Wirken Kinderspiel. Wer von uns mehr erwischt, gewinnt. So innerhalb des Zeitlimmels. Wo ist der nächste Kasper? Hey, hier habt einer. Der hält schon ein wenig mehr aus. So, Freunde. So, wo müssen wir hinüber? Wo müssen wir hinüber? Hier entlang? Ist das korrekt? Yo. Ah, was haben wir denn Hübsches? Silberreicht. Ich dachte schon, eine Himmelsphäre. Was? Das war's schon? Das war die... Das war die... Das Kapitel? Nee, oder? Mithril-Stück. Yes! Magie ist eine Gabe, die ausnahmslos den Mitgliedern der lucidischen Königsgeschlechts vorbehalten ist. Noctis kann die Ehren-Elemente-Anergie des Planeten extra hin und in spezielle Flakons einschließt. Auf diese Weise können auch seine Gefährten Magie... Gute Arbeit, Junge. Du hast dir das Mithril verdient. Warst genauso eine große Hilfe wie der Profi-Jäger hier. Yo. Gladio! Also warst du der andere Jäger, Gladio. Perfekt kombiniert, Kommissar. Habt ihr mich vermisst? Wart mal. Ist das... eine neue Narbe? Macht was her, oder? Hebt mit Sicherheit unser Image. Ah, Gladio ist wieder da. Schön. Noct! Gladio! Was für ein Zufall! Iris! Danke fürs Bringen, Dustin. Das wurde aber auch Zeit, dass du zurückkommst. Hast dir wirklich allerhand gut zu machen. Das hat er gerade schon getan. Hat er das? Dann habt ihr also das Mithril? Sid hat schon rumgemosert. Ich bring's ihm am besten gleich. Ich warte dann in Keim auf euch, okay? Schaut rein, wenn ihr bereit für die Überfahrt seid. Yo, in Cam an Bord gehen. Nice! Ich rede nochmal mit dir. Ich warte dann in Keim auf euch, okay? Schaut rein, wenn ihr bereit für die Überfahrt seid. Oh, euer Hoheit. Hallo. Ich warte dann in Keim auf euch, okay? Ja, ja, laber, laber, laber. Schaut rein, wenn ihr bereit für die Überfahrt seid. Nein! Schön, dass ihr wohl auf seid. Findest... So, was haben wir hier? Geld ist nicht nötig. Sidney kann mir bei Gelegenheit mal einen ausgeben. Ich wollte dir auch gar kein Geld geben. So, ansonsten... Ich weiß gar nicht, was ist der Reifel? So, 24, 6, 7. Ach Gott, oh Gott. Ach Gott, oh Gott. Ich würde hier gerne noch die ein oder andere... War jetzt doch... Ja, muss ich sagen, doch ein bisschen kurz, ne? Es war doch... ...recht unspektakulär. Ich hab... Das waren ja eigentlich nur so kleine Trolle oder was, ne? Muss ich sagen. Fand ich jetzt ein bisschen schade. Herzlich Willkommen. Mahlzeit. Möchte dir was trinken? In letzter Zeit kreucht das hier herum. Ui, gar keine Ahnung, was das ist. Exzenierskraftwerk. Nice. Hilfe gesucht. Diesen Jagdauftrag annehmen, klar. Viel Glück bei der Jagd. Jo, die Beunin, ja, ist nachtartig. Ja, man kann sich da nur nachts erledigen. Ja, Einbruch der Dunkelheit ist natürlich wieder diese Sichervieche. Seid vorsichtig. Sehr cool. Ha! Dann machen wir das doch gleich. Hey, Jungs, habt ihr Bock? Ich zeige euch mal das Kraftwerk von innen. Äh, sind die schon richtig, ne? Oh, guck mal. Eine Himmelsphäre. Schade. Na, Jungs? Wie war's ohne mich? Schön bequem im Auto. Hey, pass auf, was du sagst. So, wir kommen jetzt wieder da nahe. Ach, tatsächlich. Ach, wie cool. Aber haben wir jetzt alles so Strahlenschutzanzüge an? Tatsächlich. Einsteigen, wie geil. Wie geil, Mann. Aber wir machen jetzt die Jungs hier kaputt. Hey, Jungs. Ich hab hier was für uns. So, das ist aber auf die Nüsse. So, Freunde, der Sonne. Na, 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 na. Na, 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 na. Alter. Ah, was? Komm, wir sammeln uns noch mal. Junge. Hey, 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 hey. Na, was? Alter. kann gar nicht blocken hier ne klerio weil sie dein amt kommt Jungs, haut's ja nicht drauf Wieviel brauchen wir noch? Ach, das ist der letzte. Aber doch auch irgendwie sehr, sehr schlecht gemacht, oder? Oder war doch jetzt auch sehr, sehr schlecht gemacht. Dieser Aufzug juckt mich halt jetzt, ne? Komm, wir steigen mal ein. Ich habe keine Ahnung, wo wir hinkommen. Boah, wie cool. Hey Jungs, wo seid ihr? Wie cool, jetzt sind wir hier oben. Vielleicht haben wir Glück und wir wischen noch ein paar Monster. Wir sind jetzt hier draußen, oder? Ähm, okay. Das war's schon. Mehr können wir hier nicht machen. Ich finde diese Anzüge, ne? Finde ich voll geil, dass es die gibt. Hätten ja eigentlich auch so rein stürmen können. So, wir steigen wieder ein und vorne nach unten. Schade, ich dachte, hier gibt es eine Himmelssphäre oder irgendwas in der Art. Schade. Aber okay, anscheinend doch nicht. So, dann... Ja, klar. Kraftwerk verlassen. Jo. Cool. Dann können wir doch langsam hier den Glädio hochleveln, ne? Mit seinen. Das ist der einzige, der noch fehlt für Stufe 10. So. Sehr schön, müssen wir hier entlang! Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Sarah Nea ist echt ne Nummer für sich. ja sie fällt ziemlich aus dem imperialen rahmen jana dies vorlieb und so gedenken hätte ich jetzt jetzt sagten wenn das jetzt eine himmelssphäre gewesen wäre die waldfeder so ansonsten hier gibt es doch bestimmt noch die ein oder andere quest mehr oder kann ich noch eine vorstelle willkommen der erste hilfe gesuche wieder bis der kohle sehr schön das war schon lust auf und haben zu essen nein wohl kommen vielleicht kommen ich weiß nicht war doch noch eins das war glaube ich das einzige ne werdet ihr so gütig nie so alles herzlichen dank verehrt uns bald wieder ja könnte vielleicht hinhauen da könntest du vielleicht recht haben mein freund so wir gehen jetzt noch mal darüber da ist natürlich noch auf der markt ist ja klar nicht aus dem kopf gehen verliebt ja es ist schon hübsch aber ich dachte alle nie viel heimer wären herzlos aber näher ist ganz anders ja sie ist etwas besonderes was ja nicht schon ob sie den angriff auf insomnia wohl befürwortet hat keine ahnung so wir gucken jetzt noch mal hier ob wir da was haben meine waren sind eins das sein könnte dass der noch er christ hat wie schaut es mit ihr aus was würde ich heute her luxe schinken kommt da könnte man doch mal was machen hier drei stück schön vielen dank das liegt der launer stich kommen wir mal eine mit so diese grabe nehmen wir mal fünf mit weil wir es können bis die tage kommen wir das stellt euch nicht immer wie ich meine freunde sollte ja doch noch was oder willkommen der erste ihr habt sicherung was darf sein die klinge die das morgen rot zerteilt aber muscher index eine kraftwerk also schon für 52 gibt den vier jahren saurisch ja wir kriegen jetzt hier denke ich gleich ein hier ordentlich aufs maul aber muscher junge junge okay aber wer nicht hören will muss halt fühlen wie lange haben die denn auf die haben den ganzen doch auf 4 20 stunden haben die auf die er werden 24 stunden hat er gemeint so ich glaub das da müssen wir doch hier aufkommen oder ins kraftwerk ja denk schon ja genau kommen wir da hin sehr schön so habe ich befürchtet auch wirklich dass wir jetzt gleich ordentlich eine aufs maul kriegen leisten könnten wir es uns nicht also vom waschen so wo müssen wir hin wir müssen nach oben sich das richtig ich wünschte sie würde nie will heim den rücken kehren die frau lässt dir wohl echt keine ruhe was und so wir werden gleich mal umstellen wieder den kampf modus aufwarten und dann hoffe ich dass wir jungs macht euch bereit wir analysieren den kasper und dann schauen wir mal was geht so feuer jo feuer und jo sehr schön da haben wir doch was für dich kollege sollst ja auch nicht leben wir holen ausrüstung noctis eisra blitzer eisra 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 blitzer feuer ja wieder geworfen männer ja 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 der verfehlt sein ziel aber auch an schiene macht nicht mehr lange mit der mech noch ganz gut mit hier gegen des hobbits jo fuck alles bestens hey du gnödel niedergeworfen männer hauen eine rein alter jungs 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 heiltränke ignees erbrum du ja ja jungs 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 heiltränke ja mal nein hey gladio hau mal deins den globen raus packen wir es an ja hier drüben keine zeit für nekerchen es ist dein schatz Nein, Phönix wieder, Bromdo, walte dein Amt, wir haben es doch gleich hier, wir haben es doch gleich, so heilt, der Cladio, kommt ein wenig aus dem Rahmen raus, und natürlich mein Wenigkeut, jetzt setzt echt was hier, ich hoffe es bringt was, zieht ein wenigstens was ab, Moin! Du Bastardo! Jungs! Hey Bromdo, mach mal einen Schnappschuss da, hat er gemacht! Sehr schön! Gladio! Sehr schön! Gentleman! Über die Hälfte haben wir schon! Nein! So ein Stinker, du ne? So, Heiltränke, natürlich ihn hier, und natürlich Ignis, natürlich! G'mahnst! So, wir brauchen nochmal Heiltränke für unsere Jungs! Das sieht hervorragend aus, hätte ich gemeint! So, nochmal! So, nochmal! Gentleman! Ja, es wird noch, es wird noch, Freunde! Nein! Uiuiuiui! Haha! Da haut's hier wieder die ein oder anderen ordentlich durch! Da haut's hier! Da haut's hier! Innen dran! Alter! So, Phönix, Peter, Bromdo! Komm schon, Junge! Na komm schon! So schlimm ist es doch nicht! So, Jungs, wir sammeln uns nochmal! So, Jungs, wir sammeln uns nochmal! Sammelt euch! Klar! So, du Stinker! Nein, was ist jetzt? Gerade noch! Nein! Ich will ja nix sagen, ne, aber... Da ist nicht alles verloren! Und wer euch erwischt! Das ist unverwundbar! Das werden wir doch mal sehen! Fuck, Bromdo, kleiner Schnappschuss! Oh, irgendwie schaut gar nicht gut aus, ne? Endsettler! Yeah! Na, passt doch, Jungs, wie schaut ihr aus? Mir ist gerade aufgefallen! Ist das bei uns nicht genauso wie bei Ritter des Königs? Hä? Vier Typen, die gemeinsam werden! Dann habe ich eine Stärke von fünf Sternen! Keine Chance! So einen Wert kann nur ich haben! Hervorragend! Na, Cladio, du hast aber ein wenig nachgelassen, ne? So! Jo, Kraftwerk verlassen natürlich! Ja! Cool! Dann haben wir doch die Quest auch! Dann hat doch jeder hier noch so eine Kraftwerks-Quest! Die nehmen wir alle mitkommen! Wir kommen hier, glaube ich, 14.000 an Kill, ne? Und noch irgendwas! Aber was kann ich dir jetzt nicht genau sagen? So, wir werden es ja gleich sehen! Ba, 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 ba! Ba, 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 ba! Ba, 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 ba! Ah, schön! Ich freue mich! Ja! Quest, 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 Quest! Sehr schön! Dann mache ich mir doch dann gleich auch hier eine Pause, ne? Weil wir es können, eben! Weil wir es können! Jo, ich glaube, so viel haben wir noch nie bekommen für den Gegner! Hey, gute Neuigkeiten! Uhuhu! Gleich vier Punkte! Yeah! Silberreif! Yes! 104.000 haben wir wieder! Wir sind wieder im Plus, Freunde! Was heißt im Plus? Aber wieder die 100.000 Marke geknackt! Was kann ich euch heute Gutes tun? Massagen! So, da haben wir jetzt auch endgültig alles! Ähm, was hast denn zu futtern? Na gut, dann sucht euch mal hier was aus! Kudelsub! Scharfe Spieße! Komm, was soll der Geiz? Kommt sofort! Was soll der Geiz? Scharfe Spieße, nichts zu fassen! Oh, Angriffskraft! 350! Das ist Mollerhausen, ne? Pöpah! Uhuhu! Neues Rezept! Für Ignis! Dann... Nein! Nein! Wollte ich eigentlich gar nicht zusammenstehen, wurde eingezogen! Aber okay! Geschenk ein Gaul, ne? Lestallum ist bekannt für seine scharfe Küche! Komm, die Kudelsubfressen jetzt auch noch! Vielleicht bekommt er auch noch was! Das sieht schmackhaft aus! Papapapapa! Jo, klar! Schau mal wieder rein! Wenn das danach ist! Klar! Aber heute nicht! Sondern vielleicht irgendwann morgenК oder irgendwann einmal, in diesem Sinne, liebe Freunde, machen wir hier den Cut, können wir gegen den Speichern, wir können ihr speichern! In diesem Sinne, macht's gut, Servus und bis morgen zu Final Fantasy XV! Euer Frank mia! Ja.